Willkommen zurück bei Castellator mit South Park, der Stab der Wahrheit. Wir müssen in die Schule eindringen. Ich habe auch schon eine Idee wie, von hinten. Nehmen wir ein paar Sachen auf. Geld kann keiner verwehren. Das hat meine Knie verwehren. Mann, das tut wie Scheiße. Dein Wörter ist die Knie, mein Herr. Dein Wörter ist die Knie, mein Herr. Das ist nicht sehr goth. Ich habe mich überlegt, wie ging das nochmal. So. Er macht uns die Tür auf. Natürlich lassen wir uns die Teams nicht angehen. Und rein. Oh, oh, haben wir. Ich will das Ding da haben. Gib. Ach Mann, leck mich am Arsch. Leck mich in den Buckel. So, Leiche. Beziehungsweise bewusstlos spielendes Kind. Neue Nachricht von Cartman. Gucken wir mal eben rein. Sollte öfter hier reingucken. Geht zur Eingang aus Heidelöft und Heidelöft. Ja, okay. Na, kommen wir anscheinend nicht hier so durch. Eilige Scheiße. Eilige Scheiße. Was geht denn hier ab? Basketball. Basketball. Na, wie gut ist er? Level 8. Level. Okay. Macht aber einen da und ab. Prallen. Trifft. Zufälligen. Trifft. Zufälligen. 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 Oh. Oh. Wir können die Waffe ändern. Seh ich gerade. Kann das reinmachen, was ich schon die ganze Zeit haben wollte? Nur bei dem... Oh. Ich habe ihn schon ausgewählt. Bei dem Ball war ich mir jetzt nicht sicher. Er macht 90. Eh. Eh. Was tust du da? Ah. Ablegen. Level 8. Ändern. Schockschaden. Schockschaden. Oder wir machen einen Gefrierball raus. Wir haben jetzt einen Gefrierball. Eine ganz gute Idee. Meine Fresse geht's ab. Meine Fresse geht's ab. Kein Ernst? Nein, ich habe eine Idee. Sieg. War jetzt ein bisschen feiger, aber scheiß drauf. Ist zwar gut. Schockschaden. 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 Und schockschaden. Ich habe mich an der Barriere vorbei. Von wegen, fucker. Ah, da oben ist ein Teleporter. Tja, damit rechnet man nicht, dass ich eine Arsch-Sonde habe. Sieg. Wuppartierst du. Sieg. Sieg. Schockschaden. Sieg. Hoh, Angsthän sind. Sieg. Sieg, schockschaden. das war eine gute idee erster angriff schauen wir mal rein 169 105 schille am 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 amam amam amm amam amam amg guter kämpfe hier gute kämpfe so wohl ein bisschen erfrischend hier Bitte stürzt es nicht ab. Ohne Bug, ohne Absturz, perfekt. So leb ich meine Spiele. Ich weiß, dass Valence nichts löst, aber ich mag es. Ich weiß nicht, dass ich es nicht löst, aber ich mag es. So, besiegt. Necromantenhandschuhe? Das klingt fast schon wieder zu geil, um wahr zu sein. Keine Aufwertung. Okay, was ist ein Necromantenhandschuhe? Schaden gegen Zombies? Wow! 15 Schaden beim Blocken und 10 Rüstung. 5 Rüstung? Ich will hier noch irgendwie ein Rüstungs-Item? Oh, das will ich so gerne haben. Perfekt! Dann wählen wir dich. Was ist noch ein Steckplatz? Aber wir brauchen Rüstung. 50 Rüstung ist schon wichtig. Wir gehen weiter. Wir gehen so weiter. Ja, Cartman. Mann und Saft sagt, wir sind hier immer noch ausgesperrt. Ich autorisiere die Anwendung durch die Gewalt. Okay. Hmm. Das war mal gut, ne? Moment, ich habe eine Idee. Vielleicht kräft sie mir an. Wann bin ich Badass? Fucking Badass. Nein. Du musst stärker werden. Wird schaden. Perfekt. Tja, das ist eine Dead Red. Das ist eine Dead Red. Meine Ohren. Mein Ohren. Arschloch. Mein Ohren. Arschloch. Tut mir leid. Tut mir leid. Das müssen wir uns angucken. Was war das jetzt? Ach, Skididrup. Ich werde es da eh noch herausfinden. Scheiße. Die Tür zu der Lobby ist schlafen. Kriegen wir euch dann rein? Neue Nachricht von Cartman. Immer drücke ich die falschen Tasten. Das Foto schalten. Dann ziehen wir noch den Weg. Schlagt euch durch. Ich überlege mir wie. Ach, da seid ihr. Ja. Schnell? Oh Gott. Eine Nazi-Gangaufsicht. Im Ernst? Schild? Hast du? Schild? Okay. Nazi-Zombie-Biss. Bald hast du jetzt nicht gerade sehr geeignet, aber... Okay. Oh, scheiße. Wait, noch mal. Oh, Butters. Du bist doch nicht so schlecht. das müssen wir nicht leben das hatte ich jetzt gelegt so müssen wir das eben heilen angewidert kann ich okay da muss ich gleich selbst ok er brennt das ist schon mal nicht schlecht nicht schlecht er brenne brenne professor kost macht spaß gut schaden bekommen wenn das weiß gerade ein krasses kam ja und hallo ist es ist was passiert ich sehe nicht dass was passiert ist so du nationalist jetzt stürmen wir dich weg ja ja warte das darf noch mal wir machen alles zu geld ich habe mich entschieden alles zu machen ach du schnell das war aber deutsch da kommt wähle aus ich kaufe mir nichts echten neuen controller ich schwörs aber nichts tun ok noch halt die schnauze scheiße seid ihr seid nicht allein mama ok wir könnten theoretisch was versuchen wir könnten wir könnten wir könnten wir könnten weil zeit gesteuert zeit gesteuert ach man 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 den kampf machen wir noch ach oh gott 1000 kriegen wir noch hin damit zieh ich gerne für euch scheiße das war zu früh ja ja putters die putter und sein hammer so aber jetzt nehmen wir dir wenigstens die scheiße raus so so weiß mich nicht du spacko oh gott er versucht gleich aufzustehen schratt sagen nix mit aufstehen hier ne so was kann ich nicht gebrauchen ne 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 das war gerade elektrisierend habe ich gerade gesehen nekromantenrobe bevor wir gleich uns verpissen wow viel künftige rüstung und so schlecht fand ich lange was du hältst abwehr erhöht nach dem angriff auf ein zombie aha 30 rüstung 15 ich überlegs mal noch wird mir das noch überlegen aber auf jeden fall bis dann haut rein wir machen das nächste mal weiter euer castellato und tschüss